Eine Abhängigkeitsbeziehung ist ein Modellelement in der Unified Modeling Language, einer Modellierungssprache für Software und andere Systeme. Beschreibung einer Abhängigkeitsbeziehung in der UML2 ist eine gerichtete Beziehung zwischen einem abhängigen und einem unabhängigen Element. Beide Endpunkte können auch aus mehreren abhängigen bzw. unabhängigen Elementen bestehen. Zwischen Abhängigkeitsbeziehungen und Assoziationen gibt es einen entscheidenden Unterschied. Von Abhängigkeitsbeziehungen können keine Instanzen angelegt werden. Sind zwei Klassen mit einer Assoziation verbunden, sind auch zwei Instanzen dieser Klassen mit einer Instanz der Assoziation, das heißt, mit einer Objektbeziehung, verbunden. Für Abhängigkeitsbeziehungen gibt es keine vergleichbaren Konsequenzen, weil von ihnen keine Instanzen angelegt werden können. Grafisch wird eine Abhängigkeitsbeziehung als gestrichelte Linie mit einer offenen Pfeilspitze dargestellt. Die Pfeilspitze wird beim unabhängigen Element gezeichnet. Arten von Abhängigkeitsbeziehungen Verwendungsbeziehung Die Verwendungsbeziehung gibt an, dass das abhängige Element das unabhängige Element benutzt. Eine Verwendungsbeziehung wird mit dem Schlüsselwort USA dekoriert. Abstraktionsbeziehung Falls ein Element eine Abstraktion eines anderen Elements darstellt, kann zwischen den beiden eine Abstraktionsbeziehung modelliert werden. Im allgemeinen Fall ist eine Abstraktionsbeziehung am Schlüsselwort abstrakt erkennbar, Spezialfälle weichen jedoch davon ab. Die Reif weist darauf hin, dass das abhängige aus dem unabhängigen Element abgeleitet werden kann. Trace zeigt an, dass zwischen den beiden Modellelementen eine Abhängigkeitsbeziehung besteht. Die Beänderungen im unabhängigen Element zu berücksichtigen ist. Falls ein Element ein anderes Element verfeinert, zum Beispiel indem es zusätzliche Details modelliert, kann eine Abhängigkeitsbeziehung mit dem Schlüsselwort REFINE darauf hinweisen. Inklusionsbeziehung Die Inklusionsbeziehung bedeutet, dass ein Anwendungsfall das Verhalten eines anderen Anwendungsfalls mit einbezieht. Das heißt, dass der inkludierte Anwendungsfall aufgerufen wird, wenn der abhängige andere abläuft. Eine Inklusionsbeziehung wird mit dem Schlüsselwort INCLUDE dekoriert. Realisierungsbeziehung Die Schnittstellenrealisierungsbeziehung und die Schnittstellenrealisierungsbeziehung sind zwei weitere Formen der Abstraktionsbeziehung. Hier steht das unabhängige Element für eine Spezifikation und das abhängige für eine Realisierung derselben. Oft modelliert diese Beziehung, dass eine Klasse eine Schnittstelle implementiert, ein Muster, das in Modellen für objektorientierte Software häufig vorkommt. Die grafische Notation für eine Realisierungsbeziehung unterscheidet sich von der generischen Notation für eine Abhängigkeitsbeziehung, indem die Pfeilspitze wie bei der Generalisierung als nicht ausgefüllte, geschlossene Spitze gezeichnet wird. Vergleiche das Beispiel rechts. Verteilungsbeziehung Die Verteilungsbeziehung modelliert eine Abhängigkeit zwischen einem Artefakt und einem Knoten. Sie zeigt an, dass das Artefakt an den Knoten ausgeliefert und dort auf geeignete Art und Weise installiert wird. Eine Verteilungsbeziehung wird mit dem Schlüsselwort Deploy dekoriert. Die Abbildung rechts zeigt zwei Verteilungsbeziehungen zwischen zwei Artefakten und einem Knoten.